Frau Merkel, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Mir ist es völlig unmöglich, hier eine Analyse von PRISM vorzunehmen. Und ich will auch gleich zu Beginn ganz direkt und klar sagen, wer heute hierhergekommen ist mit der Erwartung, dass ich das Ergebnis von solchen Aufklärungsarbeiten vorstellen könnte, der ist mit einer falschen Erwartung hierhergekommen. Ich trage Verantwortung und deshalb kann ich auch zu dem Sachverhalt nichts sagen. Das ist nicht meine Aufgabe, mich jetzt in die Details von PRISM einzuarbeiten. Meine Minister haben mein vollstes, wie immer sie das wollen, Vertrauen, um das ganz klar zu sagen.